hallöchen auch meine lieben minecraft freunde und willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen folge let's play minecraft 1 18 2 mit mir ein holy diver der heilige taucher auf gut deutsch wenn ihr das mal übersetzt haben wollt ja wir waren das letzte mal hier stehen geblieben wo wir für die unsere menschenfestung in meter ein bisschen bruchstein sammeln wollten das werden wir natürlich auch jetzt in dieser folge weiterhin machen muss nur aufpassen was wir hier schon an material haben das und ich muss auch dazu geben bei der folge 145 wo wir uns jetzt befinden ich habe mir ein bisschen minecraft pause gegönnt also sprich das letzte mal als ich minecraft gespielt habe das war gefühlt ja zwei wochen drei wochen hier gefühlt war nur gefühlt und ich wollte mir eigentlich länger pause können sagen wir so bis die neue version rauskam und mein neuer pc natürlich da ist jetzt noch in noch eine aufnahme mit einem alten pc mit einer der heißt der ist von der firma acer brutale hat eine gtx kann ich mal kurz hier mal nachschauen ein envidio geforce gtx 960 drin hat aktuell gerade 8 gigabyte drinnen hat einen core i5 prozessor soundkarte mainboard kann ich euch leider gerade nicht nennen und der neue wird auf jeden fall 16 gb ram haben und ich habe mir auch noch eine 1 terabyte externe festplatte schon derzeit geholt und eine rtx grafikkarte wenn ich euch aber alles erst nennen können wenn ich den pc da habe und der kumpel mir die liste geschickt hat übrigens der gute barul dankeschön an dieser stelle doch mal der mit dem pc da zusammengestellt hat und auf den es wirklich verlasst der kennt sich hundertprozentig aus was pcs angeht und dann schicke ich euch meine liste hier oder der verlinkt rein da könnt ihr euch das mal anschauen was in dem neuen pc mit drin ist ich werde auch ein foto hier irgendwo da mal einblenden wenn ich wenn er wenn er da ist dann könnt ihr sehen wie er ausschaut und von night ablassen nicht spaß aber wenn alles soweit ist zeige ich das schon ein bisschen ok hier mal ein bisschen eisen das immer mit ich bin das gerade gar nicht so gewohnt dass das mir kommt das gerade ein bisschen extrem flüssig vor das spiel mal ist es gut wenn es flüssig ist uns denkt ihr euch wahrscheinlich hey jetzt bringt er uns jetzt hat er eigentlich schon den neuen pc ich habe immer noch den alten pc er läuft immer noch gerade man könnte zudem pc schon sagen so rentner pc könnte man sagen geht hat jetzt ja da hat er das spiel oder der pc grad dass ich bei mir hat hey herauf über mich zu lästern aber jetzt kann man schon verstehen warum ich neuen pc haben will jetzt ein bisschen so schönes bruchstein das nehmen wir jetzt mal somit oder sagen wir so es kann auch sein dass ich jetzt der dass der pc im schilder nicht mag bei texture pack müsste jetzt der fahrt eigentlich jetzt gar keins sein nur der shader die low version von schocker pick also hier schaut ja ich habe hier low bis ultra von schocker pick dann habe ich ja noch so kleine neben texture pack shaders nicht texture packs und shader texture packs aber ich gerade eigentlich nur das programm art drin ich hätte hier noch pdp craft ich hätte noch die united die die mikey joe texture pack aber das will ich jetzt aktuell nicht rein machen kann sein dass ich das jetzt einfach mit diesem programm art texture pack nicht verträgt ich lasse es jetzt einfach mal drin und ignoriert die groß also so gut es geht diese freien einbrüche und mehr sind seit auch nicht die kleine ruckler diese kinder wie welche von meinen alten pc und meinen opi pc mein opa pc das ist ja kein junger pc mehr das ist kein junger gott pc mehr das ist schon ja kann man schon sagen rentner pc hätte ich einfach mal zum pc mit arm und beinen vor und im gesicht hat der pc so ein grauen langen bart eine opa brille eine krücke oder sohn hier ist nie dinger so geh hilfe und zittert ein bisschen so könnte ich könnte euch das ungefähr vorstellen was mein pc grad aktuell ist der hat schon so seine elf zwölf jahre auf dem buckel und ab und zu mal muss ich den auch ein bisschen mal streicheln auch wenn es sich jetzt ein bisschen pervers anhört weil ich habe den glaube ich für irgendwann mal sauber gemacht und habe halt die seitenwand nicht mehr richtig drauf gekriegt also festgeschraubt festgeschraubt gekriegt bei denen hat er ab und zu mal den lied wie eine biene ein bienenschwamm zu summen als aktuell gerade nicht jetzt läuft er eigentlich ein bisschen schneller weil er muss ja das spiegel berechnen muss er jeden einzelnen blog hier berechnen wer hier gerade noch steht oder abgebaut wird dass ich über technische sachen mal quatschen eigentlich bin ich eigentlich bin ich nicht so der technik begeisterte sollte ich eigentlich sein was mein was pc angeht klar das ist klare kiste aber wenn jetzt leute an kämmerten mit hoch so professionell wissenschaftlichen begriffen wie herr bei prozessor anlage oder netzwerk kabel für verkabelung oder ihr wisst schon was ich meine so so wissenschaftliche begriffe oder technik basierte begriffe dann stellt euch mich stellt euch nicht mal in einer an als anime figur vor der der die ohren rauchen und so ein sabber aus dem mund läuft so ähnlich könnt ihr euch mich jetzt dann vorstellen könnt euch zum beispiel jetzt nicht punkt für punkt erklären was ram bedeutet oder was der unterschied zwischen 1 gigabyte und 1 1 terabyte ist das ist jetzt im größenunterschied das kann ich euch nur sagen also größen speicher kapazität das könnte ich könnte ich euch so erklären aber genau ich bin jetzt nicht so einer sagen wir so ich bin ich bin ich meine ich würde mich nicht mal als hobby bastler einstufen oder sowas ja jetzt ein pc komplett auseinander nehmen kann bis zur kleinsten schraube und dann wieder zusammen schrauben kann und jede einzelne schraube jedes einzelne teil benennen kann oder was die programme angeht oder ihr wisst schon wenn man jetzt zum beispiel auf ja ich weiß nicht ob das jetzt kann man ich kann hier korrigieren wenn ich jetzt sage f2 f1 drückt oder dass man dann in diese komische blaue hintergrund schaffierte einstellung kommt das kann ich euch überhaupt gar nicht erklären und würde ich auch gar nicht wollen wenn ich ehrlich bin weil für mich ist das irrelevant hauptsache ich habe ein pc der 1 1a funktioniert keine spacken macht und ich fühle sich spielten kann im internet sein kann streamen kann aufnehmen kann bild alles möglich was man für youtube und braucht und privat zocken kann braucht nicht kann das reicht mir vollkommen aus und ich habe ja auch von mal von diesen übertakten oder über doch übertakten glaube ich war der begriff dass das das will ich auch nicht machen ich will mein pc nicht übertakten oder wie man sonst da kommt da kommt wieder so wörter dabei wie ich nicht mehr aussprechen kann oder so fragt mich ich gebe zu ich kenne mich da überhaupt nicht außer ich frag mich wie sowas was ein dieses übertakten bringt bringen soll großartig außer dass es den computer irgendwann schaden tut wenn es einen über wenn es die pc überhaupt schaden tut seht ihr das das meine ich bin zufrieden wenn wenn er funktioniert wenn er keine mücken macht und was ich zum beispiel das werde ich jetzt auch hier sagen das ist auch mein ernst ich werde auch nicht versuch einmal ansatzweise zu versuchen auf 4k was aufzunehmen weil ganz ehrlich für mich als youtuber reichen 1080p das reicht mir vollkommen und ich sage auch immer dazu das ist auch faktum mundo nicht jeder kann sich ein 4k monitor leisten oder es gibt ja schon 8k glaube ich immer gehört zu haben klar sieht man da den unterschied ist logisch aber bei mir ganz ehrlich wenn ich jetzt sagen mal jetzt nicht selber youtube mache oder so wie jetzt gerade mir die eure videos anschauen ganz ehrlich mir wäre es schnurzpip egal von 480p raufwärts was das video für qualität hat hauptsache ich erkenne da alles dann muss ich jetzt nicht den wassertropfen auf den gesicht der figur erkennen oder die schuppe vor alt ganz haargenau die schuppe von einem drachen es ist mir wumpe es ist mir egal oder oder mir ist auch egal ob ich zum beispiel genau sehe wo der der tuner oder der lackierer das auto mit was der fern lack lackiert das was für das auto lackiert wurde oder perleneffekt drauf ist oder ob die sonne das schön sie spiegelt das ist mir jacke wie hose hauptsache ich erkenne dass das ein auto ist und fertig ist der lachs dafür versteht das wie ich das meine ich meine und das muss ich aber auch noch dazu sagen ich meine es mit keinem böse oder sollte auch die person sollten sich auch nicht ans bein gepinkelt fühlen die gerne mit 4k aufnehmen und hoch kreativen content bringen wollen mit ihren mit 4k videos und so das könnt ihr durch machen da habe ich nichts dagegen schaue ich auch gerne an aber ich hoffe ich hoffe ihr versteht wie ich das damit was ich damit ausdrücken will ich will euch nicht ans bein pinkeln oder angreifen persönlich oder ähnliches aber es gibt viele leute die sagen es von meiner bekannten kreis denen ist das vollkommen wurscht was für eine ob das jetzt 2k 3k oder 4k ist wie gesagt einige haben ein paar von meinem befreundeten kreis haben 4k monitore einige aber auch wiederum nicht und denen ist das auch komplett wurscht lange es 1080p ist oder 720p sogar ist es ist es ist sogar wird noch runter geschraubt von meisten von den meisten von meinen leuten hauptsache man sieht es gestochen scharf und nicht ich sag mal wie könnte ich es ausdrücken nuklear nirgendwo klar nicht hyperspace gestochen scharf ja ich muss jetzt hier noch ein bisschen weitermachen einfach mal auskosten dass wir jetzt hier so viel bruchstein kriegen aber zu kriegen auch noch erz wir haben ja gerade kupfer eingesammelt langsam gehen uns die spitzsacken aus ich bin gerade ich bin es echt gerade nicht gewohnt dass ich so flüssig spielen kann gerade das bin ich gerade von bin ich gerade gar nicht gewohnt vom alten pc wenn ich ehrlich bin oder ist deswegen weil ich schon so lange kein minecraft mehr gespielt habe dass ich den dass ich erst dass da wieder mich ich kann man sagen das erkennen muss dass es mal momente gibt von meinem von meinem pc der sagt ja okay komm ich bring dir jetzt die gute leistung dann gibt es tage wieder wo der computer sagt komm jetzt bin ich mal richtig schlapp jetzt mache ich mal einen auf richtig faul und er hat mal so seine momente der computer wo ich sagen kann hat der fakt was ist denn was der hell ist wrong mit you und was ich zum beispiel ist kann ich habe zum beispiel so erzählen ich bin ja wir sind gerade bei 15 minuten dann jetzt der neue pc ankomma ist und alles angestöpselt ist und alles prima funktioniert wie es wie es wie es gern habe dann werde ich definitiv euch mal zu euch herantreten und werde auch mal fragen ob ich wieder von euren kanälen eine kanalvorstellung machen darf und da werde ich es auch so machen dass ich euch mit reinbeziehe wenn ihr das natürlich möchtet und zeit und lust hat versteht sich dann stelle ich euch seid ihr bei mir hier im disco traum zum beispiel oder ich bin es gerade nicht im disco traum aber dann so rein theoretisch werde jetzt bin mit mir denn zum disco traum und dann stelle ich euch halt ein paar fragen und auch zu den schlitz place die er gerade führt und so weiter einfach mal so ein bisschen dass das ganze ein bisschen mehr persönliche rüber kommt damit die leute auch merken das was die leute die euch sowieso schon schauen wir haben das wieso schon gemerkt aber dass die leute merken hey der ist so und so drauf der gibt sich so und so und so und ja dass man dass die leute noch mehr ich versuche es mal sozusagen mehr gefühl für euch entwickeln und natürlich auch die leute die mich gucken auch mehr besseres gefühl von mir ein besseres bild von mir bekommen weil ich sag's immer so support ist für mich kein mord ich unterstütze gerne leute aber auch leute die es auch wirklich verdient haben ich meine jeder hat kriegt hat eine chance verdient und mir da aber ich zum beispiel eine kanalvorstellung mache machen soll und das habe ich auch schon mal bei den alten kann bei der alten staffel von den kanalvorstellungen erlebt habe ich einen kanal bekommen auf dem kanal war überhaupt nichts da waren keine videos keine beiträge höchstens vielleicht nur das logo und der banner und dann denke ich mir okay schwierig wie soll ich denn jetzt vorstellen will ich keine erst sagen wir so kein material habe oder wissen habe was oder wie was er sich da vorstellt was die planung ist von dem kanal was auf dem kanal machen will und zwar deswegen habe ich das mir wie gesagt vorgestellt dass wenn ich jetzt im neuen pc habe ich meine ich kann es auch mit dem alten pc schon starten hätte ich kein problem damit aber damit ich wenigstens schon mal so eine vorlage habe damit ich die auch forscht dass ich euch auch vorstellen kann meine wenn ihr zum beispiel ein wir sind die sachen wo man den schlück macht haben ein referat referat also im vortrag halten müsst ihr bei irgendeinen irgendein thema und ihr habt null informationen nur irgendwelche quellen wo ihr nach recherchieren könnt dann kommt das ja auch ein bisschen doof oder wenn ihr dann vortrag in der schule hält und hat könnte nichts darüber quatschen weil ihr keine informationen kein wissen darüber habt es ist ja ein bisschen doof oder und wie gesagt das möchte ich auf jeden fall durchziehen und wird auch wieder diese kanalvorstellungen machen dann ist das kanalvorstellungen staffel 1 oder 2 ich glaube das wäre sogar wenn ich mich nicht täusche dafür 3 aber damit richtig mit schmackes mit mit der person die ich vorstelle und mit hintergrundwissen bis zum geht nicht mehr ich muss natürlich aufpassen dass ich nicht irgendwie geprankt werde oder auf den arm genommen werde und dann dann leute dabei sind die auf einmal loslegen mit beleidigungen und rassismus und also sich weil das habe ich auch schon beinahe erlebt sagen wir so das war dann ein junger youtuber der erst auch freundlich getan hat und dann wie es mit der aufnahme loslegen wie ich mich mit ihm die aufnahme loslegen wollte hatte auf einmal angefangen hat zu beleidigen und zu stressen und mich zu bedrohen und ganz ehrlich auch so einen kindergarten habe ich absolut kein bock ich glaube das hat von euch überhaupt gar keine lust auf so was und wie gesagt immer kurz hier zum minecraft zurück damit es auch mal wieder thema wird ich sage jetzt hier noch weiterhin bruchstein für das für die festung in meter wie gesagt und da brauchen wir halt sehr viel bruchstein weil ganz ehrlich ich habe die schnauze voll immer wieder dann hier runter zu rennen wenn uns dann hier immer ganz die zeit dass das bruchstein der bruchstein ausgeht und ich nutze das jetzt gerade aus ich hoffe ich finde auch hier wieder raus weil ich viele tun habe ich ja gebaut ich müsste eigentlich take it easy wieder rausfinden welcher stapel wird denn hier gerade gefüllt schauen wir mal ganz kurz das glaube ich der hier dann machen wir den jetzt noch voll heute den eigentlich da gerade eintauschen warum geht das nicht und schon sagen war jetzt den noch voll da ist auch wieder eisen das noch mit jetzt merke ich schon wieder zack jetzt wieder ein bisschen oder ich muss das einmal an mich erstmal an meine neue pc maus gewöhnen die wieder gute black steel ip geschenkt hat die vor kurzem angekommen ist aber kurz auf f3 wieder gehen es ist halt komisch ich habe immer noch über 60 70 fps und ab und so habe ich echt so immer so das vielleicht ist auch bei uns meine augen die mir im streich spielen meine es ist jetzt schon halb 1 in der früh vom 22 4 wo ich das aufnehme das kann halt sein dass ja okay ab und so habe ich ja wirklich frememeinbrüche das ist jetzt nichts neues muss ich nur schon ob ich hier rauskomme also das kann nicht sein also ich glaube wir gehen jetzt irgendwie einen ganz langen tunnel weil so weit weg war ich vom eingang ausgang nicht wenn wir sogar dabei ist mir sogar hundertprozentig sicher seht ihr ob solcher gesagt mal ganz gucken in redstone schmeißt mir hier genauso wie labislation kupfer und bisschen kohle ich glaube das kann man auch noch mit hier rein schmeißen hier ist gold drin dann schmeiße ich hier das eisen rein dann will ich mal sagen dann gehen wir wieder nach oben weil die folge hat schon wieder überlänge ich krieg es auch nie gebacken bei den zwei nie das ist bei den das ist bei den 20 minuten folgen bleibt und es wird wahrscheinlich wieder regnen oder aber es ist nacht kommen dann lassen wir machen wir mal hier nochmal so ein screenshot so meine freunde dann sage ich jetzt aber an dieser stelle wieder mal mit diesen hässlichen sonnenreflex wartet mal ich gehe mal hier hin mit diesen hässlichen sonnenspiegelungen sage ich mal an dieser stelle danke fürs dabei sein danke fürs zuhören und für die leute die mir treu geblieben sind und ewig lange schon dabei sind dankeschön dafür und wer bisschen so seine eigene meinung mir kund geben will was ich heute so und stapel gelassen habe haltet euch nicht zurück seid ehrlich seid fair und ob durchaus in den kommentaren und dann sage ich mal bis zum nächsten mal bei let's play minecraft in der version 1 18 2 und hoffe ich bald 1 19